Guten Tag, meine Amici! Wie ist es denn? Nummer 1! Divertete! 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 Kaffee Und dann noch ein bisschen wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kommt ein Artikel, von dem ich gespannt bin, ob jemand in den Kommentaren erzählt, was das für ein Artikel ist. Und nein, ich habe hier nicht elaboriert. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, dieser jemand, der das zuerst in die Kommentare schreibt, wird im nächsten Video von mir lobend erwähnt und verlinkt. Ihr werdet schon sehen, was für ein Artikel das ist. Wisst ihr Bescheid? Das ist ein Artikel. Das ist ein Artikel. Das ist ein Artikel. Getschen. Fica. Getschen. Getschen. Okay, fine. Mili grazie. Ciao e arrivederci.